hey leute in diesem video erfährst du mal wie man eigentlich den ph-wert im pool richtig messen und somit auch anschließend erhöhen beziehungsweise auch etwas senken kann wenn du bock darauf hast dann bleib auf jeden fall dran natürlich gibt es die verschiedensten messgeräte doch in meinem fall zeige ich es einfach mal mit so einer schüttelbox hier da diese einfach am häufigsten verwendet wird und zuerst einmal sollten wir diese etwas unter das wasser geben leicht ausspülen und dann circa 20 cm unter der wasseroberfläche einmal mit wasser befüllen und dann können wir das ganze auch schon etwas auskippen dass danach nicht so viel wasser ausläuft wenn wir den deckel drauf geben als nächstes können wir auch schon zwei verschiedene skalen auf unserer schüttelbox erkennen zum einen mal auf der rechten seite cldpd das ganze steht einfach für chlor das mache ich normalerweise bei der ph messung auch immer gleich mit und dafür habe ich aber auch schon mal ein spezielles video gemacht da wo ich natürlich auch mehr informationen preisgebe und auf der anderen seite haben wir dann auch unser ph phenol red hierfür gibt es einfach zwei verschiedene solche tabletten das ganze steht übrigens auf der rückseite auch immer schön drauf dpd und phenol red und jetzt geht es einfach darum dass wir mal unsere entsprechenden tabletten auf der linken seite bei ph reingeben ohne dass wir die tabletten aber mit dem finger berühren da das das ganze ergebnis natürlich noch mal verfälschen kann wenn die entsprechende tablette drinnen ist erst einmal unseren deckel drauf geben da ist es wie gesagt relativ normal dass noch etwas wasser überläuft und jetzt sollten wir das ganze einfach mal für ein paar sekunden schütteln das reicht in meinem fall normalerweise auch schon und es ist einfach wichtig dass wir unseren wert anschließend sofort ablesen da natürlich sonst sich das ergebnis auch wieder verfälschen kann beim ablesen kann ich noch den tipp geben dass wir unsere schüttelbox auf jeden fall mal vor einem neutralen beziehungsweise weißen hintergrund stellen sollten denn wenn der hintergrund gelb ist dann verfälscht sich natürlich die farbe hier auch wieder und jetzt geht es einfach darum dass wir mal schauen wo auf der linken seite wo die tablette reingegeben haben die farbe etwa mit unserer skala auf der seite daneben übereinstimmt bei mir würde ich sagen das ganze ist relativ hell weswegen wir ein ph-wert von circa 6,8 beziehungsweise 7,0 haben der perfekte ph-wert liegt übrigens auch zwischen 7,0 und 7,4 und wenn der ph-wert zum beispiel viel zu hoch ist also das war bei mir auf jeden fall nach der erstbefüllung so die ersten zwei monate immer mal wieder dann war relativ pink und wenn der ph-wert zum beispiel bei 8,0 liegt dann wirkt chlor auch noch zu 25 prozent deswegen immer schauen dass wir zwischen 7,0 und 7,4 liegen nach unserer messung können wir die schüttel box mit gutem gewissen öffnen in den pool reinkippen und das ganze auch noch mal kurz ausschwenken danach einfach offen stehen lassen das natürlich beim nächsten test dann nicht auch irgendwie alters wasser hier drin und das ergebnis verfälschen kann falls du dein ph-wert zu hause anpassen muss kannst du das ganze entweder mit einem granulat oder auch mit einer flüssigen methode machen ich habe bei mir jetzt granulat und zwar gibt es hier ein sogenanntes ph- um unseren ph-wert einfach etwas zu sägen oder aber auch ph plus um den ph-wert im pool etwas zu erhöhen bei mir ist der ph-wert jetzt bei 7,0 und normalerweise würde ich es auch lassen aber für das video möchte ich ihn jetzt einfach mal auf 7,2 bringen weswegen ich ph plus verwenden muss für die richtige dosierung auf jeden fall immer bei den hersteller angaben nachschauen bei mir gibt es da so eine schöne tabelle und mein pool hat in etwa 20.000 liter weswegen wir auch schon in der mittleren spalte einmal angelangt sind da heißt es ich muss zehn bis 20 gramm von den granulat hinzufügen pro 10.000 liter übrigens um mein ph-wert um 0,1 zu steigern ich möchte mein ph-wert um 0,2 steigern weswegen ich das ganze hier schon mal doppelt nehmen muss und ich empfehle übrigens aus der erfahrung heraus auch immer den größeren wert zu nehmen bedeutet jetzt nicht 20 gramm sondern 40 gramm pro 10.000 liter und da wir 20.000 liter haben benötigen wir noch mal das doppelte also in etwa 80 gramm von dem granulat um ein ph-wert von 7,0 auf 7,2 zu steigern ich wiege das benötigte granulat also mal in etwa ab und verteile es laut hersteller einmal etwa gleichmäßig am beckenrand entlang das granulat sinkt jetzt sofort auf dem boden runter laut hersteller müssen wir uns auch keine gedanken wegen der poolfolie machen da gibt es keine flecken und es löst sich auch relativ zeitnah auf deswegen wir danach mit gutem gewissen sofort wieder baden können bei ph- funktioniert das ganze natürlich relativ ähnlich hier wieder auf die hersteller angaben achten und somit haben jetzt auch schon eine ph-wertmessung und das richtige einstellen von diesem richtig durchgeführt wenn du dir für zu hause jetzt übrigens so eine schüttelbox mit tabletten oder auch dementsprechend ph- und ph-plus zulegen möchtest dann am besten einfach mal unterhalb des videos in der video beschreibung auf den entsprechenden link klicken und du kommst direkt zu den produkten auf amazon von markenherstellern falls dir das video gefallen noch weiter geholfen hat kannst du mir gerne einen daumen nach oben geben und es einmal unter dem video in die kommentare reinschreiben aus dem kannst du meinen kanal noch hier oben kostenlos abonnieren um kein neues video mehr zu verpassen